Der AfD ist das völlig egal. Im ersten Antrag hat sie unter Kosten noch keine geschrieben, Auswirkungen keine. Das zeigt, dass sie sich mit dem Thema überhaupt nicht befasst haben. Dazu kommt aber, dass sie im Wahlkampf ja zusätzlich zur Abschaffung des Solidaritätszuschlags in ihrem Gesetz 18,5 Milliarden auch noch die Mehrwertsteuer um 7 Prozent senken wollen. Das macht mal schlappe 50 Milliarden aus. Und die Summe von 68 Milliarden wollen sie finanzieren aus dem Steuerüberschuss von 37 Milliarden. Das kommt mir als Finanzpolitiker schon etwas seltsam vor.